Kasia sucht derzeit Hilfe für ihre Essstörungen in der Rehabilitationsklinik. Und es sind nicht nur ihre Fans, die sie unterstützen. Demi Lovato hilft ihr auch. Die Sängerin hat Hilfe angeboten, da Kasia sich entschieden hat, sich behandeln zu lassen. Ich wünsche ihr das allerbeste und ich denke, sie tut etwas Wunderbares für sich selbst, sagte Demi. Die ehemalige Richterin von X-Factor kennt sich mit Rehabilitationsmaßnahmen aus. Sie suchte Hilfe, um ihre Süchte zu heilen. Demi sagte, dass es sie viel gelehrt hat und ihr viel geholfen hat. Kasia ist seit Anfang Januar in der Reha. Sie macht sicher, dass ihre Fans wissen, dass sie es macht, um Hilfe zu suchen. Die Behandlungszeit von 30 Tagen ist nun fast vorbei. Hoffentlich wird sie einen Weg finden, um mit ihrer Essstörung umzugehen. Das Gute ist, dass sie nicht nur ihre Fans an ihrer Seite hat. Auch ihre Freunde, ihre Familie und Demi Lovato stehen neben ihr. Die Schüge hier finden, um ihre Gespräche zu hörnir. Sie beten sie ein Gad Rel皇. olar Tourer wird sie eventuellen, bei der Rehe, denen das mal ein Jahr diembreile beten.